Hallo Minecraft Freunde, weiter geht's in Pistenhaus Survival und wir wollen ja Jana jetzt endlich zeigen, was wir hier gebaut haben. Da hat Rose auch ganz fleißig mitgebaut. Kommst du mal mit? Wo seid ihr denn überhaupt? Im Hasenstall. Ach, ihr seid schon da unten. Das ist für deinen Hasen, Jammer. Und damit du immer genug Karotten hast, hier, nimm mal die Karotte und pflanze es mal an. Jetzt gehst du dran und erntest und pflanzt wieder nach. Du musst einfach dran stehen. Genau, und dann wird das immer mehr. Oh, das könnte ich stundenlang machen. Und jetzt guck mal hier, Jammer, Jammer, guckst du hier? Jammer, 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 ernsthaft? Guck mal hier, hier haben wir für deinen Hasen eine Höhle gebaut, die sogar beleuchtet ist von innen. So, und jetzt kommen wir noch zum nächsten. Hier kriegst du eine Leine, damit du deinen Hasen holen kannst. Rose, du kannst ja auch gerne mitmachen. Auch einen Hasen irgendwo holen. Das heißt, wir gehen mal los und holen Hasen, damit Jammer's Hase nicht alleine ist. Und Payne wäre schön, wenn du da auch irgendwie mitkommen könntest. Ich brauche schon mal die Corts von zu Hause. Was, was brauchst du? Die Corts von zu Hause. Äh, da heim. 227, 70, 326. Okay. Ah, ich muss das nicht. Ungefähr 250 und 250. Das ist, obwohl ich alleine am Server war, das ist einwandfrei funktionieren. Nee, Rose, das ist irrelevant. Die 20 hin und her, die sieht man dann. Okay. Gut. Hoppe. Aber das ist ja direkt das Fistenhaus. Ah, Hoppe. Ich habe keine Namen mehr. Na gut. Macht nix. Wir holen jetzt noch mehr Hasis. Damit dein Hasi nicht alleine ist. Was? Bitte was? No. Komm mit. Oh, nein. So. Und ich meine, ich hätte da hinten immer Hasen gesehen. Oh, Hoppe. Hey, die haben ja doch Namen. Also zumindest Hoppe. Na komm. Hopp, 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 hopp. Ähm. Habt ein Handy wiegt mit. Haben wir hier nicht noch mehr Hasen irgendwo rumflitzt? Ich meine, das war da hinten auf der Insel, ne? Da flitzen noch welche rum. Hoppe. Da mache ich mich nicht mal rüber. Wir waren eigentlich ursprünglich mal deutlich mehr Hasen. Aber. Los hat Hasi. Ja. Oh, tut dir nicht weh. Ich werde auf jeden Fall da hinten mal schauen. Warum springt denn die Hasen so, dass die sich wehtun? Vielleicht kann man ja noch irgendwie noch. Ja, bringen sie so. Ähm. Zu Name-Tags, um vielleicht noch mehr Hasen da festzubinden, sozusagen. Wir haben einen Villager, der das tradet. Der das was? Der das tradet. Handelt-Methos. Handelt-Methos. Äh. Wo? Mit was handelt der dann? Äh. Rose, wo geht's denn hin? Mit was handelt der dann? Ey, wo ist der Hase? Ich krieg keine Antwort irgendwie. Ja, da unten, nimm den. Nein, mit was er handelt? Was braucht man dafür? Äh, immer Reds, glaub ich. Ja, wo ist der Hase? Ja, die hab ich ja ohnehin nicht. Na, komm mal bitte. Ich hab'n Hase verloren. Warum? Okay, na, hallo. Hier ist einer, im Aufzug. Aufzug. So. Ah, warte, ich komm ihn holen. Gucken wir mal. Wie ist der Hase? Warte mal, warte mal, warte mal. Hasi! Äh. So, ich hab'n Hasen gefangen. Jetzt muss ich nur noch... Also, unsere Aufzüge sind, glaub ich, nicht hasenfreundlich, oder? Aber wenigstens tun sie sich nicht weh. Äh, eh, eh. Ach, doch, sind sie. Geht's denn hier dann lang? Händen, jama. So, hoffentlich krieg ich den Hasen jetzt neben, darüber. Ah, komm. Gut, bisher funktioniert das ganz gut. Der Hase kann also schwimmen. Ähm, hab ich... Nee, wir haben die Tür wieder zugemacht. Ja. Mit dem Hasen darf ich besser ausnehmen. Kommt mal alle zu. So. Einer ist hier drin. Komm her, Hasi. Na, komm. So. Ah. Ich hoffe nur, dass das alles so klappt, wie es soll. Wenn nicht mehr blüht. Oh, die gefällt's. Tatsche frei. Nein, jetzt muss ich mir anderem ausdenken. Also, ich bin auch auf dem Weg. Ja, da ist, guck mal, putziger Kleiner. Ja, ich muss da aber den Hasen hier auch irgendwie da hinkriegen. Oh, die Noppe. Das müssen wir irgendwie... Kommst du irgendwie mit, oder geht das nicht? Nein, 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 nein. Oh, das ist eine schöne Überraschung. Ich könnte einfach machen. So. Aber Hasi hat keinen Namen mehr. So, jetzt mal gucken. Hat der Hasi nicht eigentlich eine andere Farbe? Irgendwie. Ja, wer weiß. Ich dachte, zu Weihnachten ist ein schwarzer Hase geschenkt. Keinen weißen. So, äh, jetzt hoppelt der natürlich darum. Ja, so bist du. Bane, hast du mal einen Hasen erlegt? Ich tippe. Nicht geplant. Also, ich habe ihn nicht erledigt. So. Jetzt kommst du hier nochmal rauf. Ah, du vieler hoppelt. Das ist gar nicht so einfach, den Hasen dahin zu bringen. Oh, da ist ein schwarzer Hase. Metas heißt, der hat der Hase einen Namen. Wenn du da hast. Äh, wieso hüppst du eigentlich immer da runter, Hase? Weil es geht. Weil es geht. So, äh. Hast du mehr Gründe, um zu hüpfen? Weil es geht. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mir der hier nicht wieder runterhüft. Oh, so knuffig. Na, so. Ja, die gucken mich alle an. Ach so, weil ich verrottet habe. Komm mit, Hase. Wir verfressen entlang. Oh, da ist ein Händermat. Jum, 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 jum. Ich kann die auch essen. Hier machen wir zu. Kommst du mit? Ja, Mappels. Und cheapen. Äh, die Fiete so. Okay. So. Okay. Komm. So, okay. Oh, ich muss jetzt gleich gehen. So, ich bin jetzt da. Ja, ich bin aber gleich da, Jammer. Ich bin gleich da. Ich bringe auch noch einen Hasen mit. Schneller, Mäser, schneller. Nuh. Ich habe nämlich hier ein Hasi. So. Heißt der Hasi? Äh, nein, der heißt nicht Hasi. Der heißt Hase. Achso, weil es auch ein Schwarzer. Weil ich habe noch keinen Namen hier. Das hätte ja sein können, dass es schon ein Name-Tag hat. Das hätte ja sein können, dass es schon ein Name-Tag hat. Nein, leider nicht. Leider nicht. Und ich brauche Schutz für meinen Hasen. Hey, dass du sollst den Hasen herbringen. Nicht herbringen. Na, ich bin wegen der Spinne. Mir das einfach weiter reingehen. Der Hase kommt hier hinterher. Ja, aber jetzt hat er sich wehgetan. Ja, hat er bei mir auch an der Treppe. Das ist aber doof. So, gut, dass die Spinne hier nicht rein kann. So, ähm. Jetzt müssen wir irgendwie da rein. Oh, ich habe ja hier. Ich hoffe, dass das funktioniert. Oh, du findest die doch auch süß. Ah, ja. Der Hase kann sogar Leitern runterklettern. Das finde ich ja mal gut. So, ich gehe aber hier runter. Oder? Äh, Hasi? Hat Minecraft nicht jetzt auch so ein eingebautes Text? Nein, nicht Auto-Jump. Nein, nicht Auto-Jump. Das sollte gehen. Da, wo man drüber sprechen kann, Voice-Over-IP-mäßig da. Da habe ich ja auch erst jetzt auch. Meinst du Mumble? Oh nein, 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 nein. Im Team-Speak. Ja, ja, der Hase kommt mit. Das ist gut. Er ist aber nicht die Nance-Vermann-Affler. Ich will nur nicht, dass er noch mehr Schaden kriegt. 1.8. Das wäre blöd. Nein, 1.8 nicht, aber an den neuen. Ich habe das. Ja. Äh, der kommt aber mit. Das ist gut. So, jetzt muss ich hier erst mal da rauskriegen. So, dann kommst du mit Hase. Kommst du deinen Aufzug zu Fuß unten? Ja, 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 ja. Das habe ich ja gemacht. So, jetzt muss nur die Tür aufbleiben. Ja, ich weiß, ja. Aber der Hase kommt nicht hinterher. Jawohl. Den haben wir drin. Den Hasen haben wir drin. So, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, okay. Jetzt haben wir hier so ein paar Hasen drin in dem Hasenstall. Lauter Hasis im Hasenstall. Lauter Hasis. Ja. Oh, so nervig. Oh, so schien. So, okay. Haben wir das geschafft? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die Folge ist diesmal etwas kürzer geworden, aber das war jetzt unser Hauptziel. Und bitte daran denken, Donnerstag, letzte Folge, ab nächster Folge geht es dann mit dem neuen Pistenhaus weiter. Jetzt ist es vorbei. Oh, jetzt ist er groß geworden. Von Planschen. Ich sage, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüssi. 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 Untertitelung. BR 2018